Die Autowerkstatt Stänze in Wolfenbüttel, wo Preis und Leistung nicht im Widerspruch stehen, begrüßt Sie ganz herzlich. Alle Fahrzeuge von den verschiedenen Herstellern haben eines gemeinsam, es sind Automobile. Und die Reparatur beim Vertragszentler geht ins Geld. Die Lösung? Lassen Sie von alten Gewohnheiten ab und besuchen Sie doch einmal eine freie Werkstatt. Unser Meisterbetrieb bietet Ihnen jeden Service, für Ihr Auto und für Ihre Fahrt unterwegs, damit Sie sicher und möglichst sorgenfrei fahren. Wir prüfen und reparieren Ihre Klimaanlage. Sollte diese einmal nicht mehr funktionieren, sollten Sie einen Unfall gehabt haben, reparieren wir Ihr Fahrzeug. Doch damit ist es noch längst nicht getan. Weitere Dienstleistungen unserer Autowerkstatt sind die Unfallinstandsetzung, Autoelektronik, Hol- und Bringservice, der Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör und viele weitere. Dank modernster Arbeitsmittel und Diagnosegeräten sind wir in der Lage, alle Arbeiten an Ihrem Fahrzeug von A wie Achsenvermessung bis Z wie Zündkerzentausch zu erledigen. Ein langjähriges Betriebsbestehen spricht für sich. Unser Team, angeleitet von Kündigermeisterhand, wird auch versuchen, Sie zu überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Team von Stenzel Autoreparaturen.